Willkommen zu diesem FIBO Vlog. Es geht jetzt los. Ich bin gerade bei Renn mal vor der Haustür. Wir fahren jetzt direkt los. Das Problem ist nur, der Typ, der hat mich gefickt. Sagst du mir, der ist direkt ready? Ich sag komme. Der macht Daumen hoch Reaktion. Ich bin da. Zwei Sekunden. Der ist ein Peanut Butter Toast. Peanut Butter Toast. Junge, der Typ, der knockt mich. Auch noch mit Serviette. Der hat nicht mal Teller. Ich sag zu dem, komm im Auto essen und der wird eh nicht kommen. Der wird das schön genüsslich da oben essen. Und ich darf hier jetzt 10 Minuten oder so warten. Wir hören uns gleich. So, nimm mal die Cam. Ich hab ne kleine Überraschung für uns. Ich hab was runtergeladen. Irgendwie während der Autofahrt. Schön unterhalten. Nein, nein. Junge, ich erkenne das einfach direkt, ja. Das ist krank. Cara Delevingne, Digga. Die Schütti hat so ne schöne Stimme, ne? Cool, cool. Die ist immer cool. Ich lieb die Pop. Müll, Messen. Irgendwas mit Eis auf dem Platz. Eins, dann. 48 Minuten. Start. Was geht los? Ich war lange nicht mehr auf der Autobahn. Cap, ja. Ich war nur voll letztendlich. Das war der Start. Ja, iss ruhig deinen Toast. Mach Kamera raus. Wir hören uns später. Irgendwie, komm mal auf dem Strand hin. An wen? Das ist minimal. An wen? Boi, boi, boi. Amena, boi. Amena. Ist es Abend? Ich glaube schon. Ja, wir sind jetzt in Köln. Zeig mal. Nein, ich mein Ding. Ich meine, Fritz Kölner. Das ist Kölner. Ist es so Kölnlos? Nein, wir sind jetzt nicht an einem besonderen Spot, aber wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen. In der Stadt. Guck, hier, der typische Köln. Rückfahr, Alter. Guck mal, wie er aussieht. Ich liebe diese Non-Stop-Popmusik, ne? Die ist geil, Alter. Guck mal, was ist ein Blitzer, Digga? Blitzer oder Pizza? Blitzer. Was für Pizza? Bei Pizza wird's nicht Iser. Ja, da steht Köln. Ja, das ist auch eine Stunde. Crazy, ja. Ich glaubte einfach nicht, dass wir in Köln drin sind. Bomblots sind noch halbe Stunden, oder? Ja, wegen Messegelände, das dauert ein bisschen. Aber ich glaube, der übertreibt auch minimal. Vielleicht wegen Stau, was der da ansehen. Ah, das ist meine Prediction, ne? Ja, ja. Ja, hier drin zu fahren ist ein bisschen stressiger. Es war nicht so schlimm wie Düsseldorf, ich bin ehrlich, Düsseldorf ist schlimmer. Köln ist nur nervig wegen dem Fahrradfahrrad hier. Es gibt viele Fahrradfahrer hier, oder? Ja, ja. Die sind auf einem Ehrenfeld da, diese Straßen Richtung Bahnhof da. Boah, die facken über ab. Gibt's keine Fahrradinfrastruktur hier? Sie hat eine kleine Fahrradinfrastruktur hier. Jetzt wird man langsam da. Ja, mir auch. Warte mal, ich würd's gerade sagen. Ich würd jetzt gern mein Jäckchen ausziehen, Alter. Und der ist wahre Joggerin. Und der Boyfriend, der steht einfach. Nee, meinst du, der war's ganz normal. Boah, ich hoffe, FIBO-Eingang ist jetzt nicht so voll, Alter. So dick wird voll sein, ne? Vor allem heute. Ja, vor allem heute, so richtig. Letztes Jahr war auch so. Okay, FIBO-Profi, Alter. Der hat Analyse gestartet. Wir kriegen gleich Powerpoint raus. Ja, also ich kann mich erinnern, da kam ich einmal gar nicht durch. Ja, ich auch nicht. Ich bin doch fast gestorben. Wir haben uns auch einmal verloren. Ja, ja, ich kann sagen. Das war nicht stressig. Wir meinten alle gestern und vorgestern. War relativ chillig, weil das war diese Ding-Day. Guck, deswegen. Seit der halben Stunde. Ja, aber das Ding ist, da steht jetzt eine halbe Stunde brauchen wir noch für diese kleine Brücke. Diese kleine Brücke. Diese kleine Brücke. Warte, du musst hier ein bisschen sauber machen, ne? Ich muss gar nichts. Ich war bei halbes Regen. Ja, das war gestern noch schlimmer. Das Einzige, was jetzt Stress ist, weil ich pissen muss. Ich muss richtig pissen. Hm, ja. Musst du 20 Minuten halten auf jeden Fall. Weil wir müssen ja auch erst mal reinkommen, Digga. Locker halbe Stunde muss ich jetzt aushalten. Wegen Parkplatz, ne? Ach ja, aber auch noch suchen. Das ist ja der Main-Ding. Parkplatz suchen ist der Main-Quest hier eigentlich. Ja, ist mir egal. Ich park auf dem Parkplatz und zahle 50 Euro, Alter. Ich glaub, das ist sogar... Ich hab irgendwas gelesen von hier. Sieben, sechs Stunden, 20 Euro. Die Frage ist, ob es überhaupt Platz gibt. Auch wenn es postlich ist. Ja, Parkos, hey. Ich denk mal, da gibt es eh diese Leute. Ach so, die einen so führen. Die so machen und so. Das wäre ein Job für dich, ja? Okay, ja, was ist das denn? Ich hoffe, wie hieß das? Oh, das hat einen speziellen Namen. Schwebebahn oder so, glaub ich, hieß das. Warum ist das Flagge von Saudi-Arabien? Ist das Saudi-Arabien? Ich weiß nicht, eigentlich eine grüne Flagge, deswegen. Ach so, glaub ich nicht, dass die in Deutschland das machen, ja? Ah, reinzummen. Es dauert noch ein bisschen hier. Weil da sind so ein paar Autos. Junge, mein Bein zittert vor der Bremse halten, ne? Er geht's gerade nicht. Ich schreie. Ich kann nicht mehr. Ich höre dich. Oh, guck, unsere Hüfte verrennt einfach. Pairro Deleuven ist das Einzige, was ich am Leben hält. Ich muss Ticke ziehen. Freie Zugang. Oh, okay. Zugang. Bell Mam co interpretieren? Gram confirmation ab fast und ins ein Das war's für mich. ja meine kleine kohle ein kleines spielen weiß ich jetzt nicht das müssen genau jetzt einschneiden diese auch gemacht haben in der bahn hier waren auf fibo die haben wir einfach nicht gewusst seit einem jahr jetzt die sind nicht diesen nick auf youtube gelandet das machen wir genau jetzt vor einem jahr passiert da hatte ich noch kein esen code ich würde mich ein bisschen cool ich bin unsicher habe ich doch den gefunden wenn das wirklich der ist nur mit diesem rolle ich weiß nicht wie der sich das vorgestellt hat dieser jungen aber wir werden doch safe sterben bzw ich wie ich will nämlich darauf abwenden wer ist das wirklich ich kann kürze oder was macht er da so wie darauf zu zweit was was machst du aussteig fahren rechts aber die stehen links köln messenreisen ausstieg in fahrrichtung links es besteht vor allem hier 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 es geht was nicht woher ist das hier das da im 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 End of flashback End of flashback End of flashback Ich bin traurig, weil ich hab Lars nicht gesehen, also Lars, ja, du musst einfach von mir abkauen, ne? Mein Freund ist auch vor die Bilder. Ich bin lau!